Zum Stichwort Organisation. Hier ist Jochen Fritz. Das ist der Mann, der in den letzten Tagen ununterbrochen am Telefon hing und in Besprechung und dafür gesorgt hat, dass alle hier angekommen sind, die jetzt hier sind. Jochen Fritz, herzlich willkommen. Er hat euch was zu sagen. Wir bauen, aber es wird gleich losgehen. Die Polizei zählt immer noch. Wir können euch noch nicht sagen, wie viele wir sind. Wir zählen auch. Wir, die neue Bewegung aus Bäuerinnen und Bauern, Verbraucherinnen und Verbraucher, wir, liebe Freundinnen und Freunde, wir sind die Zukunft. Wir wissen, wir wissen, die Agrarindustrie steht am Abgrund. Wir beklagen Monokulturen, die unsere Böden und unsere Landschaften zerstören. Wir verfluchen ein System, das millionenfaches Bienensterben einfach als Kollateralschaden hinnimmt. Und wir haben bewiesen, eine bäuerliche, ökologischere Landwirtschaft ist die bessere Alternative. Wir haben keine Geduld mehr mit der Politik. Wir haben es satt. Wir haben es satt, dass weitere Megaställe mit zehntausenden Schweinen gebaut werden. Und Herr Rupp wird uns erzählt, es gibt gar keine Massentierhaltung in Deutschland. Wir haben es satt, dass Millionen von Hühnern nur noch unter hohem Antibiotika-Einsatz gehalten werden können. Wir haben es satt, dass Gentechnik uns durch die Futtermittel-Hintertür untergejubelt wird. Und wir haben es auch satt, dass jedes Jahr Tausende von Bauernhöfen ihre Tore für immer zumachen müssen. Wir haben es mega satt, dass 860 Millionen Menschen unter Hunger leiden und weiter an der Globalisierung der Landwirtschaft festgehalten wird. Jetzt reicht's! Es reicht mit einer Politik, die ständig endloses Wachstum propagiert. Es reicht mit verlogenen Behauptungen, Export aus Europa würde den Hunger weltweit bekämpfen. Es reicht mit einer Wissenschaft, die mit ihrer Forschung zum Steinbügelhalter der Agrarindustrie geworden ist. Es reicht, dass uns industrielles Essen als sicher, gesund und zum Wohle unserer Kinder untergejubelt wird. Es reicht, dass bei Lebensmittelskandalen die Verantwortlichen mit lapidaren Strafen davon kommen. Wir haben diese Erfolgsverdummung satt! Wir wissen, eine andere Landwirtschaft ist bötlich. Wir wissen, eine andere Landwirtschaft ist nötig. Aber wir wissen auch, die Profiteure des Systems werden sich mit verlogenen Argumenten gegen diesen Wandel wehren. Und wir wissen, wir brauchen Geduld, denn solche Änderungen brauchen Zeit. Aber wir werden nicht länger warten. Und wir wollen nicht länger warten. Und wir können auch nicht länger warten. Wir wollen eine zukunftsfähige, wirklich ökologische und bäuerliche Landwirtschaft. Eine Landwirtschaft, die uns gutes, faires Essen garantiert und sichert. Und zwar jetzt! Ist das ein Traum? Vielleicht. Aber dieser Traum, er ist bereits Wirklichkeit. Tausende Betriebe in Deutschland, zehntausende in Europa produzieren tierfreundlich, bodenfreundlich, ökologisch und bäuerlich. Und es sind immer noch die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, die diese unsere Welt ernähren. Das ist wirklich zukunftsfähige Landwirtschaft. Und das werden wir schützen. Nicht alles, nicht alles, was heute selbstverständlich erklärt wird, wird es in Zukunft noch geben. Die Zeit von Geiz ist geil ist vorbei. Es wird eine Welt ohne Gentechnik, ohne Bodenzerstörung, ohne Massentierhaltung und ohne Höfesterben geben. Auch die Verbrauchertäuschung wird ein Ende haben. Wir alle wissen, gutes Essen hat seinen Preis. Unseren Bauern wurde jahrzehntelang eingeredet, dass nur Wachsen oder Weichen geht. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, dass sie wieder selbstbestimmt und frei ihre Höfe führen und die Vertreter der Agrarindustrie vor die Tür ersetzen. Sie brauchen uns Verbraucher. Wir entscheiden mit unseren Einkäufen und einem Markt für zukunftsfähige, bäuerliche und regionale Landwirtschaft. Darum lasst uns alle dafür kämpfen, dass dieser Traum Wirklichkeit wird. Für alle. Ich bin stolz auf euch. Ich bin stolz auf euch, dass ihr wieder mit euren Traktoren aus der ganzen Republik gekommen seid. Ich bin stolz auf euch, dass ihr zu Tausenden wieder in euren Bussen angereist seid. Und ich bin sehr stolz, dass auch unsere Nachbarländer wieder viele tausende Menschen mit uns auf die Straße gegangen sind. Und ich bin so stolz, dass ihr so lange wiederkommen werdet, bis wir die Agrarindustrie vom Acker gejagt haben. Wir haben sie satt, Dankeschön! Das war Jochen Pritz und meine Dankeschön! Danke Jochen!